Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen COD-Video. Gestern war das Live-Event innerhalb von Warzone. Vanguard wurde vorgestellt. Im Hintergrund gibt es nochmal den Trailer und auch ein paar Bilder, die veröffentlicht worden sind. Sieht schon sehr, sehr schick aus. Ich glaube aber, die meisten von uns freuen sich mehr auf den Multiplayer. Und zum Multiplayer haben wir tatsächlich schon so ein paar Informationen. Die gucken wir uns heute an. Wir haben nur einfach noch kein Gameplay. Aber da ist es wahrscheinlich am Sonntag schon soweit. Am Sonntag gibt es nämlich einen Multiplayer-Teaser während der CDL, der Call of Duty-Liga. Da werde ich dann hier auf dem Kanal natürlich auch drüber sprechen. Und da hoffe ich, dass wir nicht nur irgendwie ein Bild bekommen aus dem Multiplayer, sondern wirklich ein kleines bisschen Gameplay. Einfach ein paar Sekunden, damit wir so ein bisschen wissen, in welche Richtung das alles geht. Wann der Reveal vom Multiplayer ist, ist aber noch nicht bekannt. Was aber bekannt ist, ist natürlich der Release von Call of Duty Vanguard. Das wird der 5. November sein. Und settingtechnisch haben wir natürlich wieder ein COD zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und spätestens nach dem Reveal-Trailer, glaube ich, ist das auf jeden Fall ganz klar. Man kann jetzt über das Setting natürlich streiten. Ich selber finde es jetzt nicht unbedingt so ultra schlimm. Es muss halt alles gut umgesetzt sein. Und innerhalb von COD, auf COD bezogen, hatten wir jetzt in den letzten Jahren gar nicht so viele CODs. Zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Wir hatten WW2 und wir hatten dann vor zwölf Jahren World at War. Und so in den letzten, ja, zehn, zwölf Jahren war es das dann eben schon. Klar, in der Anfangszeit von Call of Duty gab es viele Spiele mit zweitem Weltkrieg-Setting. Aber jetzt in den letzten Jahren gar nicht so viele. Wie es aussieht, wird es auch eine kleine Alpha geben in einer Woche, am 27. August. Da wurde ein Bild gefunden und der Eintrag gefunden bei PlayStation. Ihr seht den Tweet gerade mal im Hintergrund von der Seite, die eben diese ganzen Einträge und neue Spiele, die hinzugefügt werden und so weiter, überwacht. Da ist es so, dass wir laut Leaks wissen, dass die ganze Sache nur auf der PlayStation stattfinden wird. Das ist noch nicht bestätigt. Aber ja, aktuell zeigt alles in die Richtung. Und das wäre halt dann zum Beispiel wie bei der Gunfight Alpha für MW, die wir eben auch nur auf der PlayStation spielen konnten. Finde ich natürlich ultra schade. Auf jeden Fall. Ich bin PC-Spieler. Ich habe keine Lust, meine PlayStation 4 wieder rauszukramen. Aber wie es aussieht, muss das gemacht werden. Und was wir da spielen können, ist der Modus Champion of the Hill. Was ein neuer Modus ist und laut Leaks, die wir bekommen haben von Modern Warzone, ist das anscheinend irgendwie so eine Verschmelzung von einem 2 vs. 2 Modus, wie eben Gunfight und Battle Royale. Keine Ahnung, wie genau das dann funktioniert. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Eine Beta wird es auch wieder geben. Hier gibt es noch kein bestätigtes Datum. Laut einigen Leaks startet die aber anscheinend am 10. September und läuft bis zum 12. September für alle PlayStation-Spieler. Und dann startet nochmal eine Beta für alle am 16. September und läuft bis zum 20. September. Wie gesagt, die Daten sind nicht bestätigt. Was wir aber wissen, ist, dass man einen früheren Zugang bekommt, wenn man vorbestellt. So wie das halt auch in den letzten Jahren immer der Fall war, wenn es eine Beta gab. Eine richtig gute Sache, die wir wissen, ist dann, dass Vanguard die MW-Engine benutzt. Und das bedeutet nicht, dass das Game die gleiche Time-to-Kill hat. Das bedeutet nicht, dass die Maps gleich sind. Und das bedeutet einfach, dass sich das Game geil anfühlt. Weil sind wir mal ehrlich, die Waffen aus MW fühlen sich verdammt geil an. Das Game an sich fühlt sich verdammt geil an. Also in meinen Augen auf jeden Fall nicht so clunky wie jetzt Black Ops Cold War. Cold War fühlt sich auch am PC irgendwie komisch an. Ich habe immer noch das Gefühl, dass da irgendwas mit dem Aiming nicht richtig stimmt. Und die ganzen Probleme hatte ich bei MW nicht. Deswegen freue ich mich da auf jeden Fall drüber. Und es ist jetzt nicht so, dass Sledgehammer Games die Engine genommen hat von MW und da einfach nichts mehr dran gemacht hat. Und die einfach eins zu eins benutzt. Das ist nicht der Fall. Es ist so, dass die weiterentwickelt wurde. Es gibt ein paar neue Funktionen in Sachen Zerstörung. Und die Engine sieht natürlich auch besser aus. Ein paar Szenen, glaube ich, hat man schon im Trailer gesehen. Ich glaube, da sind Szenen mit aus dem Spiel dabei. Ich glaube, das ist nicht alles vorgerendert. Und es ist auf jeden Fall so, dass ich schon eine Mission gesehen habe. Eine Kampagnen-Mission. Und die sah auch richtig, richtig gut aus. Dieses Bild hier, dieses Bild mit der Mühle in der Nacht, das sieht zum Beispiel sehr, sehr nach dem aus, was ich gesehen habe. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das die gleiche Mission ist oder nicht. Aber ich habe eben so eine Nachtmission gesehen. Und die Feuereffekte waren auf jeden Fall richtig krass. Und die Lichteffekte, also das hat alles einiges hergemacht. An der Zerstörung hat Sledgehammer Games auch gearbeitet. Dinge und Gegenstände reagieren jetzt besser auf irgendwelche Kugeln, auf Explosionen. Die Zerstörung ist realistischer und wird auch im Multiplayer mit dabei sein. Also da wird man Fenster und dünne Wände zerschießen können. Und es ist auch so, dass die ganze Umgebung auf Explosionen reagiert. Also Stühle und Tische sind nicht mehr irgendwie festgeklebt. Die werden zerstört. Die fliegen durch den Raum, wenn eine Granate explodiert zum Beispiel. Und auch Bücher in Bücherregalen reagieren. Die werden auch rausgeschleudert bei Explosionen. Oder man kann Bücher rausschießen aus den Regalen. Das bedeutet natürlich, je länger man auf einer Multiplayer-Map unterwegs ist, je länger eine Runde geht, desto mehr wird die Map irgendwie zerstört. Und desto mehr sieht man, dass da wirklich gerade gekämpft wird. Eine Sache, die auch mit der MW-Engine zu Call of Duty gekommen ist und mit dabei sein wird beim Multiplayer. Leider ist das Anlehnen. Das wird mit an den Start gehen. Das heißt, man kann seine Waffe irgendwie an der Kante anlehnen und hat dann weniger Rückstoß. Finde ich nicht wirklich gut. Ich hoffe, da gibt es vielleicht diesmal ja ein bisschen weniger Effekt. Also, dass der Rückstoß zwar reduziert wird, aber nicht ganz so krass wie bei MW. Und ich würde mir wünschen, dass es irgendwie ein bisschen Zeit kostet, wenn man seine Waffe wieder wegnimmt von der Wand. Also, dass man zwar ja weniger Rückstoß hat, wenn man die Waffe anlehnt, dass man aber auch irgendwie einen Nachteil hat. Und zwar in dem Moment, in dem man wieder unterwegs sein will und wieder laufen will. Ich glaube, das wäre irgendwie ein ganz fairer Ausgleich bei der Sache. Und außerdem wird es die Funktion geben, dass man blind über irgendwelche Gegenstände feuern kann. Also, man kann hinter einer Wand am Boden sitzen und kann seine Waffe dann praktisch über diese Wand schießen, ohne dass man sieht, wo die Kugeln hinfliegen. Und das finde ich irgendwie komisch. Also, da bin ich gespannt, wie genau das umgesetzt wird. Das ist jetzt eher eine Mechanik, die man vielleicht von Sword-Person-Spielen zum Beispiel kennt. Wie das in einem First-Person-Shooter genau funktioniert und ob das nicht komplett nervig wird, werden wir sehen. Ich hoffe, solche Sachen sind dann bei der Beta schon aktiv. Und falls das irgendwie komplett nervig ist, hoffe ich, dass Letch-Termal-Games dann auf Feedback von uns reagiert und solche Sachen vielleicht wieder rausnimmt. Also, beides, das Anlehnen und dieses Blindfeuern, brauche ich jetzt nicht unbedingt in einem Multiplayer. Bin ich ganz ehrlich. Was ich aber brauche in einem Multiplayer sind schön viele Maps und die bekommen wir, wie es aussieht. In den letzten Jahren war es ja schon ein bisschen so, dass man das Gefühl hatte, dass Maps gemacht worden sind, die aber wieder entfernt worden sind, um sie dann während den Seasons rauszubringen. Und das fühlt sich natürlich nicht schön an. Und das ist jetzt anscheinend nicht der Fall. Wir bekommen bei Release 20 Maps für den Multiplayer. 16 davon für den ganz normalen Multiplayer und 4 davon für diesen neuen Champion of the Hill-Modus. Und das ist auf jeden Fall eine Menge. Zusätzlich bekommen wir dann natürlich noch während den Seasons weitere Multiplayer-Maps. Das heißt, map-technisch sind wir auf jeden Fall versorgt. Die Waffenschmiede wird auch wieder zurückkommen. Eine der wirklich guten Erfindungen, wie ich finde, von MW. Und diesmal wird nochmal ein bisschen was Neues mit dabei sein. Es wird nämlich neue Anpassungen geben, die man bis jetzt noch nicht hatte. Und zwar wird man Munitionstypen und Ballistiktypen, ja, direkt mit einem eigenen Slot, so verstehe ich es auf jeden Fall, anpassen können. Man hatte das schon immer wieder ein bisschen bei anderen Waffen in anderen Spielen. MW zum Beispiel hatte einige Waffen, die man umbauen konnte, wo man verschiedene Munitionstypen hatte. Und es ist natürlich so, dass es immer Aufsätze gibt, die irgendwie die Ballistik, also Kugengeschwindigkeit und so weiter verändern. Aber jetzt ist das irgendwie eine eigene Kategorie. Wahrscheinlich mit mehr verschiedenen Optionen. Und das sorgt natürlich dafür, dass man eine Waffe noch mehr in verschiedene Richtungen bauen kann. Was ich immer wirklich, wirklich gut finde. Also es macht einfach Spaß, Waffen in verschiedenen Ausführungen zu spielen. Das war auch einfach eine geile Sache am Anfang von MW, wenn man irgendwie, keine Ahnung, die M13 umgebaut hat zu einer Waffe, die man aus anderen Call of Duties kennt. Die Honey Badger. Solche Sachen. Die machen halt irgendwie Spaß und das wird jetzt dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen krasser funktionieren. Und wird natürlich auch in Warzone mit rüber schwappen, was Warzone wahrscheinlich auch nochmal interessanter machen könnte. Multiplayer-technisch geht es dann eben Sonntag weiter mit diesem Teaser, der während der CDL gezeigt wird. Ich denke, da wird dann auch nochmal bekannt gegeben, wann der Reveal stattfindet für den Multiplayer. Das könnte während der Gamescom sein. Die läuft, glaube ich, vom 23. oder 24. bis zum 26. August. Und laut den Leaks, die wir bekommen haben, findet dann am 27. August die Alpha für die Playstation statt. Also die nächste Woche könnte dann nochmal ziemlich actionreich werden. Ich halte euch da natürlich auf dem Laufenden. Lasst deswegen auf jeden Fall ein Abo da und aktiviert die Glocke, um keine Videos zu verpassen. Und lasst gerne eine Bewertung da, falls euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns wieder zu einem neuen Video. Macht's gut. Bis dahin.